Hallo meine Freunde und Freunde in der anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute ist es soweit, Folge 352. Wir beginnen mit der letzten der vier Balladen der Recken und ich glaube da vorne sehe ich sogar schon in der Ferne verschwommen, ja das Plateau, äh das Monument zu dem wir müssen. Ich aktiviere mal eben die Quest hier in unserem Tagebuch und ja, das ist ziemlich genau dort hinten. Wir sehen uns dann dort wieder, wenn man Kashiva so langsam dann hören kann, denn ich vermute mal der steht auch dort wieder rum. Huch, das ist früher geschehen, als ich dachte, wir sind noch nicht mal an der Nähe, so ungefähr und schon hört man ihn. Übrigens, man kann das Pferd auch nicht nach Goronia holen, ich habe es nämlich gerade versucht und dann stand da, das Pferd kommt wohl nicht. Kann man es hier hin holen? Ich auch nicht. Ha, ich glaube beim Todesberg waren ja ähnliche Absperrungen wie in der Wüste und okay, hat scheinbar Auswirkungen. Hier sind wir nun in der Nähe des letzten Monuments. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Dieses Licht. Drei weitere Satellitenbilder sind erschienen. Das erste, das wir gesehen haben, ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Wenn anderen beiden nämlich jetzt noch nicht so erkannt. Ob es auf Besucher reagiert? Reagiert es auf mich oder... Oh. Oh. Noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Setzt dir die Hitze auch nicht zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Oh, er hat es anders betont. Er hat gemeint, setz dir die Hitze auch nicht zu. Und die Betonung war nicht auf das auch. Egal. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Oh. Du liebe Zeit. Dann machte die Hitze ja genauso wenig aus wie den Gironen. Ich hab ne Kleidung. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. No. Genug davon. Seh nur. Eines der Monumente aus dem unverendeten Lied meines Meisters. Aber, das weißt du ja mittlerweile. Er reagiert darauf, dass wir schon alle anderen gemacht haben. Ach ja. Ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse er an Daruk, der sich der Prüfung stellt. So höre. Rodania windet sich im Feuer glühen, folgt nur dem heißblütigen Recken kühlen. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente könnten. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Es gilt, der Lava Hitze zu ertragen. Rufungen, die nur Recken sorgen. Ach, das war doch eine heitere Melodei. Und? Was meinst du? Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss. Wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Goronia habe ich Yunubu und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Goronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes fertigzustellen. Das hoffe ich. I.X. Die Ballade von Daruk. Damit beginnt sie. Und ich würde sagen, wir gucken uns diese Bilder mal genauer an. So, das erste ist... Das ist relativ klar. Das ist der Krater im Todesberg. Ja, lass einfach mal gucken. Wo ist denn das? Ungefähr hier, glaube ich, war das. Da. Nummer 0. Okay. Auf zum nächsten. Das ist schwieriger. Ah, nein, 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 nein. Das ist nicht. Ich sehe hier die Krabbe. Das ist die Grabinsel. Und dann ist dort rechts einfach... Ja, irgendeine Bucht. In diesem Lavasee. Am Darunia-See hieß er, glaube ich. Ja, Darunia-See. Müsste ungefähr hier sein. Okay. Und als letztes haben wir noch... Das hier. Da sehe ich die Quellen unten. Ähm... Hm. Die Quellen, aber... Ups, welche Quellen? Diese hier? Ach. Das könnte der Grokoteich sein. Warte. Ja, das... Moment. Das hier... Nein, nein. Das hier ist der Schädel. Das ist der Schädel, wo... Der Krog hier war übrigens. Dämlich. Moment, ich zeige euch mal irgendwelcher Krog. Äh... Der hier. Der war dämlich. Gut, das ist der Schädel. Das heißt, der Marker müsste... Hier ungefähr sein? In dem Teich. Ähm... Das macht, wie gesagt, eigentlich keinen großen Unterschied, aber... Aus Gründen der Korrektheit packe ich ihn mal in den Teich. So, was haben wir an Hinweisen bekommen? Den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen? Ähm... Ja, wir haben Magmarocks gesehen. Und ähnlich wie bei der Königs Moldora... Oder ähnlich wie bei der Moldora und Königs Moldora... Gibt es hier eine Variation von einem Magmarock, die wir besiegen müssen? Das weiß ich. Die Lichtringe des Vulkans so durchfliegen. Das wird dann wohl wieder halt die Challenge mit den Lichtringen sein. Was mich am ehesten führt, ist die Lavahitze zu ertragen. Das klingt nach, ähm... Dieser Feuerprobe, die wir schon mal hatten. Auch dazu gibt es übrigens ein Minispiel. Warte mal, Feuerprobe. Das war aber... Dieser Schrein hier. Da musste mir hier vorne eine Feuerprobe, eine sogenannte, bestehen. Da gibt es ein Minispiel dazu. Ich glaube, das findet man aber irgendwo hier. Ich weiß gar nicht, warum. Eventuell zeige ich das noch. Es ist eigentlich nicht so zeigenswert, denke ich. Aber, ja. Mal schauen. Gut. Die eigentliche Frage ist, wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube... Hier hin. Ja. Da kommt man am schnellsten hin. Ähm... Außerdem ist das, glaube ich, das mit den Lichtringen? Habe ich irgendwie rausgehört. Ja, die... Die Lichtringe des Vulkanes zu durchfliegen. Das dürfte dann das sein. Da gehe ich als erstes hin. Und da habe ich tatsächlich auch ein bisschen was zu erzählen. Aber mehr dazu, wenn wir dann da sind. Übrigens, wenn man bei Varudania spawnt, dann kommt man hier direkt vor so einem Schild raus. Und da steht... 100 berühmte Berge von Hyrule. Nummer 100. Todesberg-Gipfel. Ich glaube, ich habe das auch in... meiner 250. Folge mit reingepackt, weil es mir ja schon mal im Stream aufgefallen ist. Ich weiß nur immer noch nicht, was es bedeutet. Und ja, Lichtring sehen wir direkt da drüben sogar. Muss ich wieder mal nicht schneiden. Und ja, wie gesagt, ich habe hier was zu erzählen. Nämlich... Diese Lichtringe sind besonders. Gewissermaßen. Und zwar hat Aiji Anuma, einer der Produzenten... Ich hatte das verwechselt. Er hat zu dieser Mission hier gesagt, dass er sie schwierig fand. Das ist einer der Produzenten der Serie. Ich hatte das verwechselt mit der Mission für diesen Schrein hier. Die mussten wir auch durch Lichtringe fahren. Ja. War nicht ganz richtig. Es waren die Lichtringe in dieser Mission. Und da habe ich, glaube ich, auch gemeint, Miyamoto hätte das gesagt. Aber nein. Es ist diese Lichtring-Mission. Und Aiji Anuma hatte das für schwer befunden. Deswegen, ich habe Respekt. Und ich bin gespannt. Let's go. Wie immer, wenn irgendwas hier nicht hinhaut, vom Timing und so, dann werde ich beim letzten geschafften Ring reinschneiden. Diese Strecke hier ist mir auf jeden Fall noch aus den krogsame Streams bekannt, denn ich bin von jedem Zacken aus diesen Berg einmal runtergeflogen. Kann ich euch auch nachher noch auf einem Map zeigen. Das heißt, ja, ich kenne das hier sehr gut. Diese Gegend hier bin ich garantiert auch schon mal runtergeflogen. Genau diesen Lavastrom. Eigentlich, warte, ich gucke das jetzt nach. Ja, hier seht ihr das. Und ein bisschen weiter links bin ich dafür geflogen damals. Okay, da runter. Und ich gebe zu, es ist ein bisschen tricky, die Höhe und alles einzuschätzen. Ich glaube, hätte ich am Anfang keinen Rivalisturm übrig gehabt, dann wäre ich auch ein bisschen gearscht gewesen. Hatte ich aber zum Glück übrig. Und da drüben ist das Finale. Ja, also, ich will es mal noch nicht mal in den Maul vorschnell aufreißen hier zu weit, aber allzu schwierig fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt kann ich sagen, in Sicherheit und Dankbarkeit. Gut. Erster Schrein von dreien ist damit freigeschalten. Machen wir ihn auch direkt in der nächsten Folge. Für diese schauen wir noch, wie heißt denn das gute Stück hier? Der Schadolonschrein. Okay. Ähm, außerdem lösche ich mal eben den Punkt hier. Schadolonschrein. Den machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, wo genau sind wir jetzt eigentlich? Ich habe irgendwo... Ach, das ist der Schrein. Ich hatte mal gesehen, wo die ganzen Schreine sind. Ich wusste irgendwo hier, wirklich am Hinterteil der Welt, hinterm Todesberg, wo sonst nichts ist, ist ein Schrein, habe ich gesehen. Dann ist das der hier. Okay. Ja. Wie gesagt, nächster Part. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen auf der kürzeren Seite war. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Schadolonschrein. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Euer Anonymus.